Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem ersten Speedrun-Versuch. Ich habe letztens den Weltrekord gesehen von Minecraft Speedrun, der irgendwie in der 1,16, 15 Minuten lang geht. Und habe mir dann gedacht, yo, ich könnte auch Speedrun. Und dann habe ich das Ganze mal angefangen und ich wollte einfach mal einen Run finishen. Hat dann nicht so gut funktioniert. Und meinen richtig ersten Speedrun, den ich quasi probiert habe, den seht ihr jetzt. Und ich denke, ich werde auch in Zukunft mehr Speedrun, auf jeden Fall auch auf Twitch werde ich jetzt, denke ich, mal ein bisschen mehr Minecraft Speedrun, weil es actually Bock macht. Aber Freunde, ihr seht hier jetzt erstmal meinen ersten Versuch. In dem Sinne, Freunde, würde ich sagen, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Auch gerne das Video liken, wenn euch das irgendwie gefällt, dass ich jetzt irgendwie versuche, Minecraft so schnell wie möglich loszuspielen. Und in dem Sinne, Freunde, ich will dich nicht weiter aufhalten. Ihr seht jetzt meinen lostesten Versuch ever. Let's go. So, dann fangen wir an, oder? Jetzt gehe ich in Chat und ich drücke jetzt den Time und dann geht es los quasi, ne? I guess, ne? I guess. Der Run ist jetzt schon dead, ne? 0-0-1. Oh! Weltrekord. Was wäre jetzt krass, was da drin wäre? Ich habe keine Ahnung, actually. Zwei Goldblöcke aber da oben. Ey, sollen wir erstmal einen Run so spielen? Und erstmal gucken, was wir für eine Zeit so normal hätten? Ja, komm, wir spielen den aber. Warte auf Village Seed. Actually true, ne? Schon mal so schnell jemanden craften gesehen? Ja, komm, lass den Retalk resetten. Ist auch kein Lavasee. Trash! Ja, true. Also, Retalk, man braucht eigentlich einen Dorfzone allein wegen Essen schon. Dann wollen wir mal, ne? Geil, das sieht der kommt noch. Da hinten ist jetzt ein Dorf in den Berg. Deutscher Basti. Weil ich Minecraft spiele, oder was? Ich liebe diese Vergleiche, ne? Reset. Ne, da kommt noch ein Dorf. Warte mal. Guck mal, da war da rechts statt ein Kürbis und der sagt aus, dass gleich ein Dorf kommt. Mann, Digga, hier ist so leer. Da hätten die doch mal ein Dorf hinklatschen können. Dorf! Es wird Weltrekord. Ich kann nicht mehr sprinten. Meine Empfindlichkeit ist so falsch eingestellt, ne? Chillig! Das ist der Run. Weltrekord incoming. Fünf! Das wird Weltrekord. Wow! Sechs Minuten schon, Digga, da hat er der andere schon. Vier Enderperlen. Ich könnte in die Wüste fahren und dann Lava sie suchen. Ist das da hinten einer? Das ist einer. Let's go. Holy shit, ich bin insane! Holy shit, ich bin insane! Digga! Keine Festung. Alles liegt da. Nur nicht... Oh mein Gott. Müssen Sie mich verarschen eigentlich? Ist das normal? Nicht mal ein Obi. Weltrekord vorbei. Ja. Schade. Ich habe geglaubt, das ist der Weltrekord. Ja, aber scheiße. Dann halt beim nächsten Mal. Festung! Obi? Ja! Und ein Buch! Ey, wir holen einfach mal so viel Gold wie geht. Ey, Retalk. Es ist noch drin, dass wir unter den kommen, oder? Unter 30, rein theoretisch. Komm, wenn der jetzt Enderperlen gönnt. Wir holen erstmal Blazes, glaube ich, wenn das Gold hier leer... Oh! Fünf! Komm, jetzt bitte nochmal acht Enderperlen oder so. Ach, Schmutz, Digga. Ja, wir gehen erstmal in die Festung. Wir haben schon so viel Gold vertraut, holy shit. Wow! Ich habe kein Schild. Warum habe ich kein Holz mitgenommen? Ah, ich habe ja den Trank, ich Idiot. Wir haben alles. Raus, 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 raus. Also mit raus, meine ich, wir müssen Gold holen. Komm, der droppt mir jetzt. Ich brauche eigentlich nur noch einmal Enderperlen oder so, ne? Wir haben echt Pech, ne? Mit Perlen gerade. Junge, ey, dieses Speedrun-Ding. Und diese Perlen, ne? Holy... Okay, chill. Komm, mit dem Kollegen da unten traden wir jetzt. Und nochmal vier Gold. Digga, jetzt gönn doch mal. Mann, was wollen die denn immer mit ihren Tränken? Boah, wir haben echt Pech, Mann. Aber I guess das gehört dazu. Ich meine, das ist mein erster Run und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf nochmal mit den Arzen traden. Weltrekord ist 15 Minuten. Und bald haben wir den. Er hat eine Enderperle gerade. Habt ihr jetzt gesehen? Ich habe jetzt neun. Ich hatte vor acht. Hatte ich vier? Oh, stimmt, ich hatte fünf. Stimmt, ich hatte fünf. Lol. Er hat vier gegönnt. Der Epp, ich bin so dumm. Versuch mit neun. Ey, Re-Shock müssen wir eigentlich echt, ne? Wir haben zwar nur neun. Fuck it. Wenn das kaputt geht, ne? Entschuldigung. Wenn wir Glück haben, können wir ja im Stronghold noch eine finden. Wait, actually, bin ich schon 1200 Blöcke weg? Warum alles ist heute? Digga, ich verstehe auch nicht. Jeder schreibt so, oh, Reset. Digga, bist du kacke? Digga, das ist mein erster Speedrun. Wie, Def? Wenn ich eins gelernt habe in Minecraft, dann ist es, dass zum Stronghold meistens eine Höhle führt, die oben ist. Ich bin der beste Minecraft-Spieler der Welt. Leck mich am Arsch. Digga, diese Nachricht hab ich noch nie in einem Twitch-Chat irgendwo gelesen. Ah! Ja, wahrscheinlich stecken vier Augen drin, oder? Chat, was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Nether? Müsste ich halt actually wirklich, ne? Es ist halt echt unlucky und scheiße alles, ne? Aber wir gehen wirklich noch mit Nether. Ich will den Run fertig spielen. Was für Let's Play? Ich will eine Bestzeit aufstellen. Guck mal, Diamanten. Die Folge wird heißen, meine ersten Diamanten. Let's Play Folge 40. So nenn ich das Video. Digga, Coppison-Generator auch noch gebaut. Oh, ich hab 25 Obby. Das ist das gleiche Portal, wo wir am Anfang rausgekommen sind. Wir werden sowas von nicht im Portalraum spawnen. Digga, was ist das für ein Run? Ich hab euch geholfen, jetzt gebt mir mein Geld. Erstmal Ofen bauen. Das hat wahrscheinlich auch noch nie jemand in einem Speedrun gemacht. Ich hab keine Kohle. Perfekt, Digga. Holy shit. Ist das schlecht, Junge? So, aber wir sind actually da. Es ist gar nicht so weit weg. Wir sind actually da. Noch schlafen, weil wir haben eh Zeit. Unter einer Stunde, Chat. Fuck, Chat, Baby. Da muss nur noch runterkommen. Stirb nicht. Guter Call. Danke, Homie. Hallo. Bitte hierhin. Hallo. Was soll ich machen? Man, jetzt kommt doch mal noch unten. Homie, bitte. Er macht so Faxen. Stellt euch mal jetzt vor, ich hätte so einen kranken Run. Ich bin bei 13 Minuten hier drin. Und er macht das. Der kommt nicht runter, solange die Türme nicht geputzt sind. Yo, das ist falsch. Ne, der kommt auch so runter. Digga, was ist denn mit ihm? Jetzt. Oh mein Gott, Digga. Ja, stabil. Den senden wir ein, oder? Der war gut.